Ich brauch ein Geld. Hast du ein Geld da? Grüß dich, ich bin Freide. Geh halt endlich raus zum AMS und sagst, dass du ein Sozialhilfe-Fall bist, dass du Geld brauchst, dass du einfach nicht mehr kannst, dass du nicht durchkommst. Das bringt mich nicht über meine Lieben. Wir machen ein Vortrag. Ja Wahnsinn! Also, 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 am 5.9. im Gemeindesaal Lengenfeld um 20 Uhr. Seid ihr dabei? Seid ihr alle dabei? Wir machen mal Party bis dahin. Syner broken! In der Vortrag! Sh dei Untertitelung des ZDF, 2020